Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und nicht sofort bei der Überschrift gesagt habt, MMA, Leglogs, das bringt nichts, da weiß ich schon die Antwort. Bleibt offen, zieht euch das Video rein, ich erkläre euch, welche Nachteile natürlich Leglogs haben, aber warum das eventuell auch ein Gamechanger werden könnte in Zukunft. Leglogs im MMA werden eher stiefmütterlich behandelt, das heißt, die werden entweder gar nicht trainiert, kaum beachtet oder die haben halt ganz stark den Ruf, dass sie nicht funktionieren oder dass sie auch große Nachteile bringen. Ich fange dieses Video erstmal mit den tatsächlichen Nachteilen an, gleich komme ich aber auch zu den Vorteilen der Leglogs. Man muss einfach sagen, dass das Leglog-Game hat sich in den letzten Jahren erst so richtig entwickelt im Bereich BJJ. Warum das wichtig ist und warum das Auswirkungen auf unseren Sport haben kann, da gehe ich noch drauf ein. Aber die Nachteile bis jetzt durch Leglogs waren sehr häufig die, dass ich zum Beispiel bei sehr vielen Leglogs meine Top-Position verlassen muss. MMA ist ein Top-Spiel, also wenn ich oben bin, ist es immer erstmal gut, ob ich die Top-Position verlieren möchte, weil ich mir ein Bein schnappe und an dem Bein rumhebeln will. Muss ich natürlich selbst entscheiden, aber ganz, ganz häufig ist das schiefgegangen. Ganz, ganz häufig und das ist auch überhaupt so eine Warnung, die ich ausspreche, auch bei anderen Submissions. Riskiert nicht einfach mal so eure Top-Position. Bleibt lieber da oben. Wenn ihr nur noch 10 Sekunden auf der Uhr habt und ihr denkt, ich könnte den Kampf jetzt beenden oder ihr liegt meilenweit zurück und ihr wisst, ihr könnt das Ding nicht mehr gewinnen, dann kann man es probieren. Aber wenn ich gerade mitten im Kampf bin und ich verlasse meine Top-Position, dann geht das oft nach hinten los, das einfach nochmal eingeschoben. Und bei Leglogs passiert das sehr, sehr häufig. Der zweite Nachteil von Leglogs ist, dass ich mich, um wirklich so eine Leglog-Position zu kontrollieren, muss ich mich komplett auch an diesem Bein binden. Das kann auch ein Vorteil sein, da gehe ich gleich drauf ein. Aber grundsätzlich ist das erstmal ein Nachteil. Wenn ich das nicht richtig mache, dann ist immer die Gefahr, dass er sich aufrichten kann. Er kann schlagen, während ich beide Hände vielleicht brauche, um dieses Bein zu greifen, während ich meine Beine brauche, um dieses Bein zu greifen. Dann habe ich oft keine Möglichkeit mehr, mich gegen Schläge zu verteidigen. Und was auch ein Problem ist, was man sehr häufig gesehen hat in der Vergangenheit von denen, die Leglogs probiert haben, dass die so intensiv diesen Leglog durchsetzen wollen, dass sie komplett vergessen, dass der andere auch schlagen kann. Klingt erstmal total simpel und man denkt so, ja, das kann ja eigentlich nicht passieren, aber es passiert sehr häufig. Man sieht dann diese Submission, man ist fixiert auf diese Submission und wird dann eventuell K.O. geschlagen, weil man einen Schlag nach dem anderen kriegt und das gar nicht mehr richtig registriert. Ein ganz wichtiger Punkt. Und ein weiterer Punkt ist, so ein Negativbereich von Leglogs und den relativer ich gleich bei den Vorteilen. Ein weiterer Punkt ist, dass Leglogs grundsätzlich erstmal leicht zu verteidigen sind. Ich merke halt recht schnell, oh, oh, der will an mein Bein und kann dementsprechend dann schnell reagieren, um da rauszukommen, also das sofort zunichtet zu machen oder aber Ground & Pound nutzen oder aber die Top-Position nutzen, die dadurch eventuell entstanden ist. Das kommt natürlich immer auf den Leglog an und auf den Einstieg, aber das sind so grundsätzlich erstmal die Dinge, die ich machen kann, um die ganze Position zu zerstören und Nutzen daraus zu ziehen. Welchen Vorteil haben jetzt Leglogs und warum könnten die in Zukunft tatsächlich ein Gamechanger werden und eine große Rolle beim MMA spielen? Man muss da einfach so ein bisschen in die BJJ-Historie einsteigen, nur ganz kurz. Leglogs sind auch da erst seit, sag ich mal, 4-5 Jahren. Wir haben jetzt 2020 seit ungefähr 4-5 Jahren immer mehr im Aufbau. Eine ganz große Rolle spielten da Vorreiter wie John Denneher oder auch Wayne Hall. Die haben die Leglogs revolutioniert und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Die haben nicht die klassischen Leglogs gemacht, die man immer macht, sondern die haben die Position verbessert, die Einstiege verbessert und die so sehr verbessert und so sehr etabliert und das ganze Spiel so sehr verbessert, dass Leglogs plötzlich sehr, sehr gefährlich wurden. Auch im Bereich BJJ. Und es gibt immer mehr Experten im Bereich Leglogs, die genau dieses Thema jetzt aufnehmen und das wurde früher nicht so viel gemacht. Da waren Leglogs, ich will nicht sagen verpönt, aber es haben nicht so viele gemacht. Das ist erst in den letzten Jahren erst so richtig entstanden, dieses reine oder dieses neue, dieses New School Leglog-Game. Warum ist das für uns wichtig, fürs MMA? Ganz einfach. BJJ hat einen riesengroßen Einfluss aufs MMA. Damals gab es ja dieses Battle Luta Livre, BJJ und aufgrund der UFC 1993, Gracie, jeder kennt die Geschichte, ist das BJJ natürlich als Fundament für den Boden ganz groß geworden. Und BJJ ist in der ganzen Welt auch ganz massiv vertreten. Das bedeutet, die Chance, dass in Zukunft diese ganzen Leglog-Experten, also die, die immer mehr Leglogs machen nach dem neuen System, die guten Leglogs, dass die auch ins MMA wechseln, die Chance wächst und wächst und wächst. Und wenn das passiert, dann komme ich jetzt zu den Vorteilen, die die haben. Vorteile sind, diesen Experten in einem Spiel, das bis jetzt komplett ignoriert wurde oder sehr viel ignoriert wurde. Die sind Experten in einem Bereich, den andere gar nicht trainiert haben. Die sind also Experten in einem Bereich, den andere nicht können. Ich schmeiße das einfach mal so hin. Das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, aber so der Grundkontext, der ist schon so. Das MMA, Leglogs sind eigentlich so, ja, brauche ich nicht, muss ich nicht machen, alles gut. Und wenn jetzt diese Spezialisten plötzlich beim MMA angreifen, und zwar mit Leglogs, kann sich da schon einiges verändern. Zwei ganz berühmte Beispiele. Der eine kämpft bei One, das im asiatischen Raum, ja, ich weiß nicht, ob es 1 zu 1 vergleichbar ist mit der UFC, aber im asiatischen Raum ist es so die größte Veranstaltungsreihe. Und Gary Ton, ein absoluter Spezialist am Boden, der hat unheimlich viele Kämpfe jetzt gewonnen und ist so ein Shootingstar beim MMA in dieser Liga. Der hat ganz viele Kämpfe gewonnen, halt durch Leglogs. Er ist ein absoluter Leglog-Spezialist, aber auch sonst absoluter Grappling-Spezialist. Und er zeigt halt ganz deutlich, dass das möglich ist. Dazu kommt Ryan Hall, der in der UFC kämpft. Bei Ryan Hall muss man einfach sagen, ja, er hat BJ Penn mit einem ganz spektakulären Beinhebel, hat er ihn quasi submitted. Und BJ Penn ist nicht irgendeiner. Er ist selber Black Belt und das war schon wirklich stark. Was aber dazukommt ist, und das ist jetzt das Interessante, Ryan Hall findet kaum Gegner in der UFC. Es gibt ganz, ganz viele, die sagen, nö, mit dem möchte ich nicht kämpfen, weil die so viel Respekt vor seinem Bodengame an sich haben, aber auch vor den Leglogs. Es hat jetzt fast drei Jahre gedauert, bis er jetzt demnächst wieder einen Kampf kriegt, weil er keine Gegner hatte. Und spannend wird jetzt zu sehen, wenn diese beiden, Ryan Hall und Gary Ton, wenn die weiter hochkommen, wie sich dann eventuell deren Spiel verändert und wie die weiter die Leglogs reinbringen. Das wird ein ganz spannendes Thema. Ich möchte das Ganze noch mal so ein bisschen in Relation setzen. Wenn man jetzt die reine Statistik anguckt, die UFC gibt es seit 1993 und bis 2005 gab es so ungefähr 50 Kämpfe pro Jahr circa. Ab 2005 ging es dann ganz steil nach oben. Dann wurde das Ganze so ein bisschen, ja, Mainstream, also immer mehr Fans. Und mittlerweile ist es so, dass wir 500 Kämpfe im Jahr haben. Das heißt also, das sind zehnmal so viele Kämpfe als früher. Trotzdem ist es so, dass von 1993 bis 2019 gab es nur 39 Submissions durch Leglogs. Und ich meine damit jetzt alle Leglogs. Ob Healhook, ob Niba, alle Leglogs zusammen 39 Submissions. Das ist bei tausenden von Kämpfen nix. Wenn man das im Vergleich zieht zum Real Naked Choke, in der gleichen Zeit gab es 392 Submissions durch Real Naked Choke und 189 Submissions durch eine Diotine. Wenn man das jetzt im Verhältnis sieht, könnte man jetzt wieder meinen, okay, ja, Leglogs, die gibt es wohl, die kann man vielleicht auch machen, aber die funktionieren nicht. Warum das in der Vergangenheit so war, das habe ich gerade ausführlich erklärt. Wenn man sich jetzt aber das Jahr 2020 anguckt, dann gab es allein im Jahr 2020 fünf Submissions durch Leglogs. Wir haben also eine Zeitspanne von 93 bis 2019 mit 39 und fünf allein im Jahr 2020. Ob dieser Trend sich fortsetzt, ob das 2021 so weitergeht, werden wir sehen. Wir müssen halt sehen, inwiefern diese Leglogs eine Rolle spielen. Aber ich behaupte mal, oder die Chance ist groß, dass immer mehr Experten ins MMA einsteigen und die Leglogs mitbringen. Spannend ist hierbei, dass die Leglogs 2020 hauptsächlich von Sportlern gemacht wurden, die neu in die UFC gekommen sind. Das sind alles Sportler, die neu sind und wahrscheinlich schon die neue Art der Leglogs so drin haben, dass sie die automatisch ansetzen und einbauen und vielleicht auch diese Lücke füllen wollen, weil sie wissen, der Gegner weiß vielleicht nicht unbedingt, wie man Leglog vernünftig verteidigt. Speziell die neuen Eingänge und die neuen Positionen, die es so gibt. Und das haben offensichtlich einige 2020 genutzt, zu ihrem Vorteil. Was ist das Fazit von dem Ganzen? Ob Leglogs wirklich ein Gamechanger werden können und welchen Einfluss die haben, das wird die Zeit zeigen. Das muss man halt in den nächsten Jahren sehen. Das kann gut sein, das ist eine Möglichkeit. Vielleicht ist es auch nicht so. Ich sag mal mit dem, was ich gerade erklärt habe, BJJ hat einen großen Einfluss. Wenn es noch mehr Experten gibt, dann kann das ein großes Thema werden. Was für uns ganz wichtig ist, die UFC, und da habe ich jetzt die ganze Zeit drüber gesprochen, die UFC ist nicht das Maß der Dinge. Das bedeutet, im Amateurbereich spielt das für uns eine vielleicht noch größere Rolle. Wenn wir in Deutschland zu einer Amateurveranstaltung gehen und wir kämpfen gegen jemanden, der in einer BJJ-Schule unterwegs ist und seit zwei Jahren vielleicht BJJ macht und da werden Leglogs sehr extrem ernst genommen, dann könnt ihr ziemlich sicher sein, dass ihr mal in einem Leglog landet. Und die Chance, die wird im Moment immer größer, 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 weil immer mehr dieses Leglog-System annehmen. John Denner hat mal gesagt, warum soll ich denn nur in der Hälfte meines Körpers, also ab Hüfte oben, mit Submissions arbeiten, wenn ich doch die ganze andere Hälfte auch bearbeiten und angreifen kann. Und diese Grundidee, die spielt eine immer größere Rolle beim BJJ. Deshalb muss man letztendlich einfach sagen, nehmt Leglogs ernst. Ihr müsst keine Könige im Leglog sein, ihr müsst nicht alles beherrschen, aber ihr solltet die Position kennen, diese grundsätzlichen Positionen und ihr solltet Ideen davon haben, wie ihr euch schnell aus der Sache befreit. Wenn ihr das komplett ignoriert, dann wird das wahrscheinlich nach hinten losgehen. Denn das, was ich von Anfang an erkennen kann, kann ich auch von Anfang an vermeiden. Und wenn ich überhaupt nicht weiß, was derjenige, ob mein Partner oder mein Gegner, da unten plötzlich mit meinen Beinen macht, wenn ich das nicht weiß, dann lande ich schneller in einer richtig guten Kontrollposition von ihm, aus der ich nicht mehr rauskomme. Letztendlich muss man sagen, MMA ist eine Sache von Wahrscheinlichkeiten. Wie wahrscheinlich ist es, dass eine Technik positiv für mich verläuft und wie wahrscheinlich ist es, dass die Technik nicht funktioniert oder ich sogar einen Nachteil, den ich habe. Das ist nicht nur bei den Leglogs so, das ist allgemein bei dem Game so. Es gibt unfassbar viele Techniken und mein Motto ist, keep it simple, mach nicht tausend Techniken, sondern mach eine, die wirklich funktioniert und wenn die nicht funktioniert, dann arbeite daran, dass die Technik funktioniert. Und dieses Grundprinzip gilt natürlich jetzt auch für Leglogs. Das heißt, wenn ihr jetzt zu 100% jetzt nur noch Leglogs trainiert und dann ganz viele andere Sachen nicht trainiert, denn ihr habt ja nur eine gewisse Trainingszeit, ist das auch keine gute Idee. Aber Leglogs ignorieren, das ist fahrlässig. Das solltet ihr auf keinen Fall tun. Oder aber ihr geht den anderen Weg und werdet doch Leglog-Experten, weil viele Leglogs nicht beherrschen. Dann muss ich aber so eine kleine Warnung aussprechen, wenn ihr schon ein bisschen länger dabei seid und ihr habt ein gutes Grundverständnis vom MMA und ihr wollt euch das erlauben, ihr wollt euch diesen Luxus erlauben, dann ist das völlig okay. Wenn ihr aber jetzt von Anfang an denkt, oh, ich hab da jetzt so einen Geheimtrick und mach jetzt nur hier auf Leglogs, versteht aber den Rest des Spiels nicht, dann wird auch das nach hinten losgehen. und ihr könnt ihr euch übersehen, dann wird auch das